Das Werk wurde ja hier in 2019 neu aufgebaut zum CLT Plattenwerk und man hat die Rohbaustelle natürlich immer schön beobachten können von der Straße aus und da war mir klar, dass hier ein neues Werk mit neuster moderner Technik entsteht und das hat natürlich den Anreiz geschaffen mich dann hier zu bewerben. 2020 konnte ich dann hier als Elektrotechnik und SPS Programmierer zum Werkstütz anfangen. Jeder Tag beginnt eventuell morgens ein Problem, wo wir direkt tätig werden müssen. Darüber hinaus haben wir natürlich noch unser normales Tagesgeschäft, Projekte oder Bestellungen die wir machen müssen, Firmen koordinieren die hier am Standort zur Wartung oder zum Aufbau von neuen Maschinen da sind und natürlich ganz wichtig nach der Ausbildung. Pfeiffer unterstützt einen sehr gut bei Weiterbildungen. Ich konnte in meinen zwei Jahren hier jetzt nun schon einige Weiterbildungen besuchen, die mich auch weitergebracht haben und die Firma weiterbringt. Und ganz besonders wichtig finde ich, dass wir hier im Team eigentlich alles besprechen können. Direkt mit den Vorgesetzten, aber auch untereinander ist hier ein sehr offener Umgang und wenn es ein Problem gibt, dann wird immer versucht, das aus der Welt zu schaffen und das gefällt mir besonders gut.